Ja, immer wieder, wenn ich den Kleber hier angerührt habe, um hier irgendwie Kleinteile zu verkleben, dann kommt man auch ein bisschen ins Senieren, man hat ja genügend Zeit dazu. Wie toll es vielleicht nicht wäre, wenn man jetzt noch den Restkleber, der noch übrig ist, für irgendwas anderes verwenden könnte, ohne ihn nutzlos wegschmeißen zu müssen. Und beim Senieren, da ist mir jetzt letztens so eine tolle Idee eigentlich gekommen, diese Leerläufe, die im Prinzip auch entstehen, wenn man darauf wartet, bis irgendwas fest wird, um wieder weitermachen zu können. Da könnte ich an und für sich Reparaturen durchführen, die etwas Zeit haben, die nicht viel kosten dürfen. Und das will ich jetzt gleich mal vorstellen. Um welche Art von Arbeiten geht es denn da eigentlich? Also im Speziellen so Reparaturen, Routenbrüche, die ich irgendwo einfließen lassen kann, wenn gerade die Zeit dazu ist, also jetzt nicht von heute auf morgen fertig sein muss. Also hier in dem Fall zum Beispiel handelt es sich um eine Billigroute, die hat gerade mal 80 Euro gekostet. Und da würde ich also die Stelle reparieren. Da kommt keine Soli-Tip dran, sondern einfach nur mit der Soli-Con-Connect-Technik eine Reparatur. Habe ich schon hundertfach gemacht. Und der Gag dabei ist jetzt, und jetzt komme ich zu dem Angebot, das beschränkt sich noch im Augenblick auf alle meine Soli-Tip-Insider. Also alle, die schon eine Soli-Tip fischen, also Routen mit Vollspitzen. Und da gebe ich jetzt das Angebot raus. Hört genau zu. Ich repariere solche Brüche zum halben Preis der Routen. Das heißt also, ihr teilt mir mit, was die Routen gekostet hat. Und davon die Hälfte für die Reparatur. Maximal natürlich 80 Euro, was so eine Soli-Con-Connect-Technik kostet, wenn es also teurere Routen sind. Ist vielleicht interessant für jemanden, der billiges Gerät zu Hause hat, aber trotzdem es nicht in die Tonne stecken will, sondern einfach die Routen mal irgendwann mal repariert haben will. Diese Reparaturen, ich schätze mal, werde ich innerhalb drei Wochen dann einfließen lassen können. Und dann ist jedem gedient damit. Mit Einsenden der Routen schicke ich auch gleich dann die Rechnung mit dem vereinbarten Preis. So, jetzt dieses Angebot ist jetzt natürlich nicht unbefristet gültig, sondern es beschränkt sich jetzt so lange, dieses Video hier online ist auf YouTube. Schreibt mir mal euren Vorschlag für den Namen, alles braucht natürlich einen Namen, in die Kommentare rein. Und der Name, der dann diese Service, ob es heißt Lückenfüller oder was auch immer, der wird dann eine Reparatur kostenlos von mir bekommen. Also tippt rein und teilt das Video. Würde mich freuen, wenn hier einiges dann losgeht. Also, in diesem Sinne, wenn mal was sein sollte, ihr wisst, wo ich zu finden bin. Tschüss! Tschüss!